Hallo und herzlich willkommen zum Brotkasten Talk. Ja, wir melden uns mit Breaking News. Das Wiener Recruiting Startup First Bird hat nämlich heute seinen Exit bekannt gegeben und wurde vom US-Anbieter Radiancy gekauft. Gemeinsam will man nun zur Nummer 1 bei digitalen Mitarbeiterprogrammen werden. Und ja, wie dies genau funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit den beiden Gründern, nämlich Arnim Wals und Matthias Wolf. Servus, freut mich, dass ihr heute hier direkt live bei uns Platz genommen habt im Studio. Servus, Arnim. Ja, wir als Brotkasten haben natürlich über diesen Exit berichtet. Wir wollen uns heute im Talk ein bisschen anschauen, wie ihr dieses Ziel erreichen wollt, das ihr da auch ausgegeben habt. Aber zuvor mehr über die Hintergründe. Arnim, darf ich mit dir auch anfangen? Jetzt dieser Exit, ihr habt diesen heute verkündet und wir wollen natürlich jetzt auch wissen, warum zu dieser Zeit, ja, ihr habt ja auch letztes Jahr einen Neukundenumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 150 Prozent steigern können. Gab es da irgendwie Bewegungen am Markt, wo ihr gesagt habt, okay, diese Chance möchten wir jetzt nutzen? Ja, also der Recruiting-Markt ist gerade ein extremer Umbruch, dank Corona und dank vieler anderen Faktoren. Wir haben zum einen mal einen Fachkräftemangel, der noch nie so da war. Wir haben die sogenannte Great Resignation. Ich glaube, 40 Prozent aller Arbeitnehmer denken gerade darüber nach, ihren Job zu wechseln oder zu kündigen. Das heißt, es ändert sich gerade unglaublich viel und deswegen, und das merken wir auch im Recruiting, wir sehen, dass Kunden aller Industrien, aller Größen gerade händeringend nach neuen Lösungen suchen, wie sie an neue Menschen, an neue Mitarbeiter kommen. Von daher sehen wir für die Zukunft, für uns extremes Wachstumspotenzial, vor allem auch international. Und deswegen haben wir uns im letzten Jahr eigentlich sehr stark mit der Frage auseinandergesetzt, wie schaffen wir es, über den großen Teich zu kommen? Wir haben immer mehr große Kunden auch in den USA abgeschlossen, obwohl wir ein Team nur in Wien haben. Und das war ein klares Zeichen, dass wir dort was machen müssen. Und am Ende hat man da zwei Möglichkeiten. Man nimmt selbst viel Geld in die Hand oder man sucht sich einen Partner, der dort schon die ganzen Connections hat. Und wir haben uns am Ende für den zweiten Weg entschieden. Der Partner wurde gefunden, Radency. Vielleicht auch ganz kurz, dieser US-Anbieter bietet selbst auch Recruiting-Lösungen an. Vielleicht ein bisschen zu den Hintergründen. Warum gab es da diesen Match bei euch? Ja, Radency, ein total spannendes Unternehmen, kommen so aus der Monster.com-Welt, haben ein sehr, sehr spannendes Kundenportfolio und noch ein viel spannenderes Kundenportfolio. Die unterstützen so die ganz großen Enterprises in den USA von Ernst & Young, Disney und AT&T. sind da sehr, sehr enge Partner und das sind genau die Kunden, die wir aktuell ansprechen mit unserem Produkt. Von daher war das rein mal strategisch ein sehr, sehr guter Match. Natürlich kommt es hier nicht um diese Frage herum. Wie hoch war der Exit? Kann man dazu etwas sagen und auch zu den Hintergründen? Ja, ich würde dir so gern so viel darüber sagen, aber wir dürfen nicht. Aber ich kann es anders beantworten vielleicht für dich. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube, das letzte Jahr lief unglaublich gut für uns. Wir sind auch, während Corona waren wir, glaube ich, eines der einzigen Recruiting-Dienstleister, die gewachsen sind. Und wir arbeiten eigentlich seit längerem Cashflow positiv. Wir konnten im letzten Jahr unser Team um 25 Prozent vergrößern aus eigenem Cashflow raus. Und wir sind auch sehr, sehr optimistisch für dieses Jahr. Zudem hatten wir auch eine große Investmentrunde eigentlich unterschriftsbereit. Das heißt, das war nicht alles da. Wir mussten das nicht machen, aber wir wollten es am Ende. Und das hat sich am Ende auch in den Konditionen wieder gespiegelt. Aber mehr darf ich nicht erzählen. Hat sich wieder gespiegelt eine Frage dennoch. War es ein Cash-Exit oder wurden Anteile geswappt? Es war alles dabei. Aber wir glauben auch sehr stark an die gemeinsame Zukunft. Wir bleiben auch hier mit an Bord. Wir haben große gemeinsame Ziele. Und das spiegelt sich auch mal im Mix des Exits wieder. Okay, ja. Soviel mal auch zu den Hintergründen, worüber wir natürlich auch sprechen, wie es jetzt auch mit First Bird weitergeht. Die Marke soll ja bestehen bleiben. Wie wird sich jetzt kurzfristig die Unternehmensstruktur auch bei First Bird ändern? Ja, also was gut ist für uns und auch für viele Kunden und Partner, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, es bleibt vieles erhalten. Also das heißt, wir haben von den SAP als Partner, von Haufe, von vielen dieser HR-Ökosystem-Mitgliedern eigentlich Partner gefunden, die auch langfristig dabei bleiben. Und auch die Kunden mehr oder weniger spüren keine Änderung. Es ist, glaube ich, eine Verzahnung, die ganz wichtig ist. Radian, sie hat eine, sie nennen sie Unified Recruiting Platform. Und da werden wir ein fixer Bestandteil werden. Das heißt, wir werden ein integrativer Bestandteil, dort vor allem in die US-Märkte und wo sie die Plattform verkaufen. Und wir können First Bird nach wie vor auch als Standalone-Plattform an Kunden verkaufen, an unsere Bestandskunden weiter anbieten. Das heißt, da ist eine Stabilität gegeben, dass hier eigentlich keinerlei eine quasi große Veränderung, ein großer Change passiert. Auch, an dem du hast, glaube ich, gesagt, der Standort Wien wird weiter gestärkt. Das heißt, auch Radian hat uns das klare Signal gegeben. Wir bleiben das Hub für Mitarbeiterempfehlungen in der Gruppe mit Radian Sea, die in neun Ländern und 18 Locations quasi Firmenniederlassungen hat. Und das Wiener Hub beschäftigt sich ausschließlich und fokussiert sich auf, wie können wir die Nummer eins für globale Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterlösungen werden und bleiben. Über dieses Ziel werden wir auch gleich sprechen. Habt ihr euch vorgenommen, was die Mitarbeiteranzahl angeht, noch weiter zu wachsen? Ja, definitiv. Also wir sind jetzt ungefähr bei 50, 55 Mitarbeitenden und das wird über die nächsten drei Jahre, gibt es klare Wachstumsprobleme, die sowohl die Technologie und das Produkt betreffen, aber auch Markt- und kundenseitige Teams, die am Standort Wien dann entsprechend auch weiterentwickelt und aufgebaut werden. Und der Markenname bleibt vorerst bestehen? Also es wird jetzt ein Endorsed Brand sein, das heißt, es heißt First by the Radian Sea Company und all along müssen wir ein bisschen schauen, wo die Reise hingeht. Aber vorerst einmal ist First By the Marke vor allem im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum mal gesetzt. Wo die Reise hingeht, das wollen wir natürlich genau wissen. Wird sich in Bezug auf das Produkt sehr viel ändern? Habt ihr da geplant, dieses Produkt auch weiterzuentwickeln? Ja, da soll sich sehr viel ändern und zwar in zwei Richtungen. Zum einen werden wir, wie Matthias schon gesagt hat, uns sehr, sehr tief in die Plattform von Radian Sea integrieren. Sie servicieren damit über 1.000 Kunden global und denen wollen wir natürlich ein tief integriertes Erlebnis bieten. Und auf der anderen Seite werden wir, wie auch schon gesagt, eigentlich die Plattform Standalone auch weiterentwickeln. Radian Sea hat, glaube ich, ein Entwicklerteam von 300 Software Engineers im Hintergrund und wir werden natürlich auch die Power und auch die finanzielle Power jetzt im Hintergrund nutzen, um auch produktseitig nochmal richtig Gas zu geben. Inwieweit wird das integriert dann bei Radian Sea? Also wir bleiben ein Bestandteil, der aber sozusagen in die Produktlandschaft von Radian Sea integriert ist. Das heißt für Kunden, die bereits Radian Sea Produkte nutzen, also beispielsweise die Karriere-Website von Sony läuft über Radian Sea und natürlich soll dann Sony ein schönes Erlebnis haben zwischen Karriereseite und dem Empfehlungsprogramm First Bird. Ein sehr spannender Punkt, den du gleich auch zu Beginn angesprochen hast, sind natürlich auch diese Marktveränderungen. Die Corona-Krise hat natürlich auch einiges über den Haufen geworfen und wir haben uns neu orientieren müssen, was quasi auch die Arbeitswelten angeht. Viele Personen haben auch ihren Job gewechselt oder befinden sich gerade dabei. Dieses Window of Opportunity, das du ein bisschen angedeasert hast, kannst du ein bisschen mehr auch noch darüber erzählen, wie konkret ihr diese Wachstumschancen auch wahrnehmt? Ja, also das auch wieder über zwei Schienen. Zum einen werden wir unser Team hier in Wien sehr, sehr stark aufbauen. Zum einen natürlich Produkt- und Engineering-lastig, aber natürlich auch das ganze Vertriebsteam mit dem Fokus First Bird in Europa und Fokus Dach noch größer zu machen. Und zum anderen geht es natürlich auch hier sehr stark ums Enablement der Radian Sea Organisation, dass die tausend Mitarbeiter von Radian Sea First Bird einfach schnell in den globalen Markt bringen. Und über diese zwei Schienen verfolgen wir eigentlich sehr, sehr intensive Wachstumspläne gemeinsam. Über die zwei Schienen wird es dann auch gehen. Wachstum auch hier am Standort Österreich ist natürlich auch ein interessantes Thema. Der Tech Hub Wien hat natürlich auch seine Eigenheiten, Stichwort Rot-Weiß-Rot-Karte, was den Zuzug von Fachkräften angeht. Ist das bei euch auch ein Thema? Es ist Thema, es ist vielleicht nicht so ein pressierendes Thema, da wir versuchen über unsere Netzwerke, die First Bird natürlich jedem Unternehmen auch bietet, zu nutzen, wo wir dann wissen und quasi frühzeitig diese Check-Ups machen. Wir haben auch einen Talente-Pool aufgebaut, wo wir schon gewisse Talente für gewisse Positionen jetzt einmal schon gescoutet haben. Aber prinzipiell eine Erleichterung, dass das irgendwo prozessseitig für uns auch macht und Top-Talente in den österreichischen Markt und nach Wien zu ziehen ist super. Allerdings merken wir auch, dass Remote Work uns einfach vieles erleichtert und auch eigentlich unsere Mitarbeiter, viele in der Corona-Zeit auch nicht mehr am Standort Wien mehr arbeiten, sondern dort, wo sie gerade leben wollen. Und das bietet natürlich für uns auch Möglichkeiten, Recruiting anders zu betreiben als vor der Pandemie. In welchen Bereichen sucht ihr auch Mitarbeiter? Eigentlich in den letzten drei, vier Monaten war ein Fokus vor allem auf das Growth Team, also Marketing Sales und Global Alliances, aber eigentlich aktuell in sämtlichen Bereichen von Technologie bis Customer Success durchgängig zu Growth. Habt ihr für 2022 jetzt konkret auch Projekte in der Pipeline, eventuell ein kleines Projekt, das man schon announcen kann, oder wird man da noch später mehr erfahren? Wir schauen eigentlich sehr positiv in dieses Jahr. Und ich glaube, eines der großen Projekte, die wir gerade abschließen durften, ist, dass wir unseren größten Kunden gerade in 78 Ländern live gebracht haben. Also SAP hat gerade First Bird über 100.000 Mitarbeiter eingeführt, was auch ein Projekt ist, was uns sehr stolz macht. Und einige sehr ähnliche Projekte werden in den nächsten Wochen auch folgen. Und vom Nutzerwachstum, hat sie euch da jetzt Ziele gesetzt, gemeinsam mit Credency? Wie soll das Wachstum weitergehen? Mindestens verdoppeln? Ja, also wir streben dieses Jahr auf alle Fälle eine Verdopplung, eigentlich über alle Bereiche hinweg an, sei es jetzt Revenues und sei es auch Kunden und Nutzerzahlen. Also ambitionierte Wachstumsziele, gemeinsam mit einem neuen Partner. Ich danke euch, dass ihr beide hier wart und dass wir heute über diese Hintergründe gesprochen haben und sind natürlich schon gespannt, wann es dann bald wieder News gibt von euch. Danke, dass ihr hier wart und ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei beim Broadcastentalk. Tschüss, baba.